Schnellen Attacke! Okay, wieder einmal greifen. Nein, ich bin hier unten. Schneller! So. Jetzt ziehen wir ihn wieder ein bisschen rum. Oh. Jetzt kommen die harten Attacken. Wow. Oh, sehr geil. Rumgeschwungen. So. Achso, beide. Ich hab neue Lands, du hast gesehen. Kommen. Du kannst uns nicht bequatschen! Okay. Oh, wir müssen rutschen. Okay. Oh, da kommt eine Hand. Ich will nicht bekrapscht werden. Wow. Durch die Wand, durch. Oh, das ist aber auch geil eigentlich. Oh, nach unten. Oh, okay. Alles klar. Wow, ja. Wow. Hallo. Das wurde ganz schön eng hier. Autsch. Autsch. Puh. Unten angekommen. In der Kanalisation. So, hier haben wir wieder eine Notiz. Okay. Kann ich nicht hier weiter? Müssen wir irgendwo hier durch. Oh, guck mal, hier blinkt doch was. Kann es sein, der Stein? Oh, okay. Oh, okay. Dann würde ich von mir nach oben klettern. Oder wohl, vielleicht in die dicke Röhre. So. Kann ich auch jetzt springen? Nein, springen kann ich nicht. Hier weiter nach unten gehen, komme ich hier rüber. Ah, wir kommen hier nach oben. So, jetzt kann ich hier rüber. Und jetzt wohl... ...hier hin. Meine Freunde sind zu nett. Okay. Ach, mit R1. Hallo. Ja, das ist jetzt hier. Ein bisschen komisch. So, einmal hinstellen. Und jetzt. Okay. Wir dürfen wohl weiterklettern. Ah, nee. Ach so. Ich wollte das eigentlich gleich rüberspringen. Aber wenn er an der Wand entlang will, dann machen wir das auch so. So, Hirn. So, und einmal hoch auf die Brücke. Dann müssen wir jetzt zum Vogel rüber. So, oh, da drüben haben wir wieder so eine grüne Küste. Für Leben. Auch gerade cool, wie weit die Kamera gerade weg ist. Dass man so alles so ein bisschen schön sehen kann. Ja, okay. Man läuft auch gegen die Ecke, weil ich gerade überall hinschaue und nicht dahin, wo Gratis ist. Oh, wo kommen wir da drin? Und okay, die müssen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen, weil ich denke mal, die Demo ist vielleicht in 10 Minuten auch schon wieder vorbei. Aber wir nehmen es mal mit. So, oh, hier haben wir einen Hebel. Ah, na, toll. Okay. So. Ah, das ist geil. Das wollte ich vorher auch machen mit dem Kick, aber wenn wir das so halten können. Boah. Alle drei. So, nochmal nach oben. Zack, zack. So. So ist auch geil. So, und wieder. Oh. Der hat sich einmal hingelegt. Da haben wir nur einen mitgenommen. So, einmal den auseinandergenommen. Und den auch noch. So, boah, der hier hinten, der lebt ja auch noch. So, machen wir ein paar Schwertattacken. So. Ah, den können wir nehmen. Ah, nein. Und auf den Waffen. Hahaha, okay. Aber der gibt immer noch. Jetzt aber nicht mehr. So. Oh, der eine ist tot. So, ich wollte den eigentlich so kicken. Ah, jetzt habe ich das blöde Schwert. Wenn man kein Schwert hat, dann kann man den eigentlich auch noch kicken. Dann auch so ein bisschen in die Luft nehmen. Aber mit Dreieck jetzt noch höher. So, was können wir hier jetzt machen? Ah, jetzt nehmen wir die Kette. Uah. Und machen hier das Tor. So, komm, schneller gratus. Okay. So, zurück geht das nicht mehr. Okay, und hier laufen wir ein bisschen langsam. Brauchen wir auch mal eine kurze Pause. Na, okay. Habt's gedacht, es kommt der Film zu ganz, aber... Wir steuern ihn noch weiter. So, muss ich hier runter, oder? Ah, nee. Erlauf gegen die unsichtbare Wand, okay. Hier haben wir da so ein paar nette Kollegen. Wow. Oh nein, es bewegt sich wieder alles. Ja, genau. Nimm einfach meinen Teil des Hauses raus. Okay. Oh. Alles klar. Wunder wir gehen. Oh, der zerdrückt das alles. Oh, hier drin Kampf. Oh, das könnte aber kuschelig werden. So, warte mal. Oh nein, ich bin hingeflogen. Tut mir leid. Oh, Mann. Hier ist gerade ein bisschen schwierig. Hier sind so viele Gegner. Da kann ich die gar nicht richtig in die Luft mitnehmen. Was ich gerade machen wollte. So, komm. Weil irgendeiner kräft mich immer an und blockiert oder unterbricht dadurch meinen Angriff. Und deshalb halt nochmal hier ein paar kurze Schläge. Reicht auch aus. So, den haben wir schon mal. So. So, die hier hinten. So, den können wir auch auseinandernehmen. Ah, nein. Jetzt habe ich den falschen gepackt. So, dich einmal. So, hinten war noch einer oder ist der runtergeflogen? Boah, wie viel Blut Gratus hat. Wenn ihr das gesehen habt. War schon cool. Dass das ganze Blut an Gratus auch noch hängen bleibt. Jetzt haben wir noch ein paar Fliegen hier. So, mal gucken, ob wir die 33... Ah, verdammt. Schon vorbei. Ich wollte hier die 33 packen. Neun Rekord machen. So, komm mal. Und. Yes. Über 40. Unmenschlich. Auch mal geil. So, komm. Den packen wir nochmal. So, und hier sieht man ein bisschen das ganze Blut an Gratus. Sonst habe ich nur so ein paar rote Striche. Wow. Nochmal gedreht. Oh, Leben bräuchte ich langsam wieder. Guck mal, der klopft dir aus den Wänden raus, oder wie? So. Oh nein. Einmal getroffen. Ich muss hier raus. Ich sollte ein bisschen auf mein Leben auffassen. Ich meine, gegen den großen war es noch okay. Aber gegen so ein paar Kleider sollte ich jetzt nicht unbedingt sterben. Das wäre ja nicht so schön anzusehen. Oh, der. Haha. Den haben wir runtergekickt. Okay. Oh nein. Gratus legt sich wieder zum Boden. So, komm her. So, komm. Den kicken wir auch noch runter. Dann geh runter. Oder so. Ach, der ist auch noch runtergeflogen. Müssen wir noch einmal drehen. Jetzt sind wir wieder, glaube ich, ganz normal da. Oh nein. Oh. Wow. An den Finger ran. Und jetzt macht's wohl much. Okay. Oh, was haben wir hier Schönes? Ah, hier kann man was ziehen. Okay. Haha. Auch mal cool. So, weiter, weiter, weiter. So, nun. Zieht es sich wieder zurück? Hier können wir wieder was holen. Okay, da hat's wohl irgendwo ein Tor geöffnet oder so. Kann das sein? Oh, hier gibt's Leben. Erstmal kurz Leben holen. So, hier noch ein Hebel. Na, komm und. Stell dich direkt davor. Ah, ja. Ach, und erst jetzt können wir wohl das Ding... Ah, ah. Quasi, das ist ja auch gerade umsonst. Ah, ich glaube, da kommt dann das Ding runter und dann können wir uns rüber schwingen und kommen noch weiter irgendwo da in das Gebäude rein. Na, kommen auch die Leute hin. So, jetzt klappt's hier wohl das Ding dann runter und da können wir uns dann hinschwingen. Aber da haben wir wohl auch nur eine gewisse Zeit. Weil das Teil ja wieder zurück geht. Oh, nein. Was kommt da? Nettes? Ein Zyklop. Boah. Nicht das auch noch. Oh. Kann ich auch jetzt einfach da hoch und einfach weiter... Ah, nee. Jetzt ist das Ding wieder weg. Oh, da komm ich gar nicht hoch. Wow. Warte. Okay, auswälchen. Na. Dann nehm... Oh. Okay. Der Tritt war daneben. Und dann... Okay. Alles klar, warte mal. Da muss ich noch ein bisschen reinkommen in das Auswälchen. Wow. Und wieder hinrollen. Angriff, Angriff, Angriff und wegrollen. So. Der Kollege schmiss ihn langsam. So, schnell weg hier. Na, da stampft er hier nur ein bisschen rum. Come on. Guck mal, der stampft da in die andere Richtung, wo ich ihn schon wieder von hinten angreife. Wow. Jetzt wieder sein Hammer. Der ist schon ein bisschen übler. So. So, komm an. Einmal wieder ausgewichen. Ich seh mich gar nicht mehr. Hier hinter dem dicken Tüpper. Wow. Okay. Das war ne nette Kombo von ihm. So, ich kann aber hier hinten rum. Wow. Jetzt greifen wir ihn. So, kann man schön das Auge rausziehen. Ah. Okay. Alter. Ich kann ihn steuern. Bams. Wow. Zack. Zack. Was geht ab, Mann? Ich reite den Zyklopen. Haha. Einfach nur zack. Den Hammer hier. Und der schwere Angriff. Ach das. Oh. Haha. Auch noch geil. Zack. Alles aus dem Weg geräumt. So, jetzt noch hier den kleinen. Okay. Uh. Na. Ha. Das sah auch nicht schön aus. Das sah gar nicht schön aus. Aber trotzdem irgendwie geil. Irgendwie hatte das schon was. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht irgendwie das irgendwas mit dem Auge machen. Weil das ist ja eigentlich so der Schwachpunkt. So. Und jetzt können wir uns da rüber schwingen. Indem wir hier hoch gehen. Ah. Jetzt geht das Tor wieder auf. So. Jetzt bleibt die ja auch stehen. Aber ich glaube, es ist die Leiter wieder. Ah ne. Die Leiter ist noch da. Ich dachte, die hat sich wieder eingefahren. Oh. Die ist die geblieben. So. Einmal rüber. Ah. Cool gemacht. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder ein paar Pünktchen. Wow. Okay. Zack. Ich hab gedacht, wir müssen da geradeaus weiter. Und deshalb war ich da gar nicht drauf gefasst. Sorry, Beat Olympus. Ich bin frei. Ja. Soviel zum Thema frei. Okay. Wow. Einmal hier durch die ganze Gefängnisfront durch. Wow. So. Komm her. Zwei Hits. Und Leben bekommen. Oh ja. So. Was macht er hier? Wenn man wieder so ein paar Attacken... Wow. Der will uns wieder packen. Und einmal hier wieder rumziehen. Wow. Nein. Springen wäre angebracht gewesen. Ja. Schrei halt rum. Wow. Wow. Einmal rüber. Wow. So. Komm her. Hier an die Hand. So. Ich treffe den großen nicht so. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. So. Komm. Oh. Nein. Verdammt. Da war ich zu langsam. So. Oh. Okay. Was soll ich gerade? So. Hallo. Ich bin nur gesprungen. Gibt es doch gar nicht. Der Doppelsprung war eigentlich auch schon angesetzt. Komm. Ich mach da irgendwie auch gar keinen Schaden gerade. Wow. Ich will hier raus. Wow. Nein. Nicht gut. So. So. So sieht's aus, mein Freund. Ja. Kann ich die jetzt nicht treffen? Doch so ein bisschen. So. Ja. Komm wieder. Komm wieder. Na. Nicht getroffen. So. Wieder hier am Pals. Wow. Sehr schön. Na. Ja. Wieder ein bisschen Leben bekommen. So. Oh. Jetzt können wir wieder auf ihn drauf klettern. Na komm. War auch nah genug dran. Oh. Oder auch nicht drauf. Dann geht halt was anderes auf ihn drauf. Na komm. Da geht der wieder raus, Herr Typ. Wow. Was macht er? Ach, der ist so zurückgegangen. Ich dachte, der holt es aus. Ja. Schrei halt. Wow. Jetzt kommen auch noch hier kleine Viechers. Na. Super. Wow. Jetzt wird es aber interessant hier. So. Warte. Erstmal kurz auf den Großen. Dass er wieder ein bisschen zurückgeht. Wenn er ein bisschen Platz gibt für die Kleinen. So. Wieder schön ins Gesicht, wenn er so rumschreit. Oh nein. Jetzt kommt wieder die Hand. Oh. Irgendwie kann ich ihn ja nie auswählen. Auch ein bisschen komisch. So. Komm. Was macht er? Wieder hier. Na. Verdammt. Zu früh gesprungen diesmal. Sonst war ich immer zu spät. Jetzt zu früh. Ja. Ja. Komm wieder her. Sehr schön. Dann bekommst du wieder ein paar Hits. Ich war so schnell, der konnte gar nicht angreifen. Und wieder noch mal das Gleiche. Ja, ja, ja. Und jetzt kriegst du wieder was auf den Deckel. So. Einmal wieder. Ziehen. Gratis. Ziehen. So. Und immer noch da. Oh je. Der Kampfbereich wird langsam ein bisschen enger. So. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen zurück. Ja. Schrei doch rum. Ach. Der kotzt irgendwie die Fliegenviecher aus. So. Nein, 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 nein. Wow. Sehr schön. Ins Gesicht einmal. So. Leben haben wir noch. Aber richtig gut. So. Oh. Warte mal. Wir können sogar das Schwert upgraden. Jetzt schon. Ähm. Okay. Ach so. Wir können so Punkte rein. Ah. Zack. So. Einmal upgradet. Okay. Dann machen wir auch ein bisschen mehr Schaden. Wird sich unser Gegner hier auch schon freuen. So. Alter. Wie viele Fliegenviecher hier noch sind. Ist doch noch voll viel kaputt gemacht. So. Komm her. Oh. Jetzt. Jetzt ist er langsam am Ende. Jetzt besteigen wir ihn hier wieder. Wow. Oh. Voll in den Stachel rein. Ach. Wir haben den angelockt. Haha. Und hier. Auch nochmal. So. So. Uh. Gar nicht gut. Das war glaube ich die Wirbelsäule. Wenn der sowas hat. und das war die Demo-Zeit. zu God of War Ascension. Schon was episches. Wenn man so große Gegner hat. Ich denke mal. Im Hauptspiel kommen wohl noch größere. Noch mehr. Und. Ja. Einfach. Mehr halt. Natürlich. Die Demo zeigt dir nur einen kleinen Teil. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe. Ihr freut dich auch schon drauf. Und wir sehen uns. Ich glaube am. 15. März. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder 18. Irgendwas. so in dem Trick um Mitte März. Sagen wir mal Mitte März. Sehen wir uns zum. Vollen Spiel von God of War Ascension. Wiederschauen und. Reingehauen. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank.